Kennst du das Problem? Du willst dich in eine Spurrille richtig schön reinlegen, weil der Grip optimal wäre, weil die Rille tief genug ist und dann bleibt die Kette im Boden hängen bzw. schleift durch den Boden, sammelt irgendwelche Steine auf, die sich reinzwicken und auf einmal blockiert das Hinterrad und du fällst fast um oder du fällst um. Das Problem hatte ich auch letztens erst wieder. Was kann man dagegen machen? Ich weiß spontan zwei Sachen. Erstens nicht zu weit in die Schräglage reinlegen, die Maschine nicht zu sehr in die Schräglage legen oder was noch eine Möglichkeit wäre, länger im Stehen in die Kurve reinfahren, weil da braucht man weniger Schräglage um genauso viel Gewicht auf die Innenseite zu bekommen. Ist es dir auch schon mal passiert? Schreib es gerne mal in die Kommentare rein.